So, moin moin und hallo Leute und es geht weiter mit Heobrine, diesmal hab ich nen Gast dabei und ich mach... Hi! Äh, ja, hi! Sandra Düsseldorf. Hey, du hast ein H gefunden? Ja, noch eins. Ich soll zwei Haar ausgleichen. He, Heobrine. Und er hat am Baum sowas gemacht. Was hat er? Wig. Aber ich weiß noch nicht was es ist. Das könnte ein I sein. Das ist ein I. H, I, H. Vielleicht wollte er dir Hi sagen. Hi, ja, Hi. Hiiii. Was ist das? Stein? Stein. Und ich glaub wir gucken uns mal um. Hast du schon mal ausgebaut? Ja. Hast du? Ich hab vergessen deine Red Space Anführung und mich darauf vorbeut zu behalten. Ja, sorry, ich war so beschäftigt mit der Schule und so. Kennst du ja. Ja, Schule. Ich muss drei Seiten Vokabeln lernen. Bis Montag. Ähm, ist das von dir? Der Zax. Ja. Ich hätte mich eingeschlossen damit Hiobrine nicht irgendwo. Ja, ich hab mich schon bewundert. In deinem Let's Play hab ich am Anfang gesehen, dass du irgendwas aus Spinnenwegen gebaut hast. Was auch immer das sein sollte. Was geht aus wie ein Kreuz? Widerspringen nicht. Es sieht aus wie ein Kreuz. Das ist wie ein Kreuz. Flugzeug. Kreuz. Ich hab trotzdem Angst vor Hiobrine. Ich geh später weiter. So. Oh, 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 oh. You don't know what you did. Hey, da, die lieben Fall. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. қ publik. Voll der geile Berg. Na, Spomber. Wo ist eigentlich jedes sind ein Schimmer ich habe er es war noch 3 4 Mann Elton haben sie es zum Beton irgendwie wollte ich aber noch ein wer jetzt noch ein Gebäude findet dann würde ich mit den Let's Play schon Schluss machen wenn ich alles gezeigt habe ich gesagt aber und ich habe meine aus meiner Klasse drauf beauftragt, kannst ja auch machen von jeder Folge Highlights rauszuschauen also dann schreibst du die Zeit auf und dann mach ich noch ein Highlight Video Ist das auch hier? ja alles von mir sieht merkwürdig aus das da das ist mein Haus zeig mal das will ich sehen und der hat genau vor meinem Haus ein Haar gebaut ein Haar ist doch cool kannst du bloß nur noch bauen mit einer Spitzhacke ha ha das ist kompliziert ich sag ha ha und der hat überall Haus gebaut da kann die können die einbrechen ach nee deswegen wär ich nachts auch immer unhöflich geweckt wie denn ja immer mal schönen Zombie nehmen haste Hi hi ist hier noch irgendwo ein R Ja, auf jeden Fall hat er schon mal meine Welt richtig ordentlich gegrieft. Ja, Piondi. Gegrieft? Ja, gegrieft. Irgendwo hier um der Ecke hatte er mal, ja, da war Lava, hab ich auch schon weggemacht. TNT? Das TNT sehe ich jetzt auch erst, aber er hatte schon mal mit TNT rumgesprengt, aber lass das mal. Warum mal ab, warum mal ab, das kann man hier jetzt ja abbauen, glaube ich. Das war so. Ja, gleich kommt hier oben und schluckt mich runter. Ja, wer es glaubt. Nee, zündet das. Nein, aber auf jeden Fall... Doch, aber was ist nicht mehr? Kann man mal gebrauchen. Wenn ich von Angst habe, das wäre... Das macht nix! Ganz da also. Die Blut kann man auch brauchen. Wow. Du treibst nicht. Warte. Na, was würdest du als erstes spielen? Das Haar! Zumindest das überflüssige Haar. Welcher? Ja, das nervt mich. Das ist näher beim I, das ist cooler und das steht genau vor meinem Haut. Ja, das ist doch gerade das Coole. Das leuchtet nachts. Aber jetzt sieht's scheiße aus. Was? Ja, das ist doch... Was? Ähm... Was wollt ihr zeigen, wo wir mal weggesprungen haben? Deine Watt? Welt! Ja, der Boom gemacht. Boah, der geht dir. Boom. Vielleicht soll ich ihm ja helfen. Wir haben ein bisschen... Was? Schon gedacht. Was? Dass das Scharf irgendetwas wäre. Das? Ja, mit Redstone ist ungewohnt. Hehehehe. Hab das noch nie gemacht. Du brauchst dich mal, weil es doch ein großer Einfrau mit dem Schalter gibt. Oh mein Gott. Du kannst das nicht wieder rauslassen. Boom! Dein Schalter ist weg. Restauruestes auf Ger sust. Ja, ich hab da eine Seite rausziehen können. Ich kann mich jetzt irgend so schreck, aufhören. Was? Es war noch nicht ? Ess ich lieber Druckplatten oder am Brot? Hallih Durekplatten. Was did du mit Druckplatten am Hout? Äh. Ach nee, das war ich. So, ich glaube, wir gehen mal abends Wasser. Warum? Weil er irgendwie immer auf Eis bohrt. Wenn ich auf Eis bin, dann kommt er mindestens einmal. Wer denn schreit? Alter. Ey, in der letzten Folge hat er wirklich... Du meinst, dieses eine scheiß Gekreische? Nein, nicht das Gekreische, sondern so. Wie ein Zombie. Das hat mich voll erschreckt. Oh, schreckt. Ich will schon mal noch ein bisschen mehr Fleisch essen. Gerade Geldfleisch. Brauch's mal ins Kost. Jetzt nimm doch gleich Goldäpfel nicht. Nee. So auffällig? Oh, mein Haus oder so. Okay, gar nicht. Was heißt denn hier? Da ist... Ja, gut. Ich will schon sagen, was das ist. Zucker! Ah, nee, das tut mir will. Ich will schon mal ein bisschen mehr. Schlau. Du sprichst von Moe raus und denkst so, Scheiße, das tut ja weh. Freda Hero Brian. Hä? Was hast du Ton eigentlich an? Ey, da hat er Glas gebaut. Glas! Wo? Da Glas. Was ist denn Glas? Oh doch, doch. Er hat wieder... Ey, irgendjemand hatte mal in solchen Videos, hatte er 20 oder 30 Euro grinds zu spawnen lassen per Segmentair-Kommandos. Und dann haben die alle... Ja, das ist... ...gemacht. Und dann hat jeder ein Glas-Blocking gesetzt. Oh, Creeper. Hey, Mr. Creeper, komm auf meine Party, ich stell dir ein paar Freunde vor. Refrain. Re... Kannst du mir das Lied mal zeigen? Das würde ich gerne mal rein. Keine Ahnung, glaub. Spongy Arnisch. Kennst du eigentlich das Lied Kohle? I need... Kohle, 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 Kohle. Und ich meine, Ramschnitzel hat davon auch noch einen Song. Warum hat er jetzt? Oder war ich das? Kann sein. Jedenfalls hat Ramschnitzel da auch irgendwie einen Song von reingestellt. Keine Ahnung, der ist cool. Ich bin ein Ramschnitzel. Nein, ich hätte gerne. Und ich habe ein Felsgewehr. Yeah. So mache ich ja auch wieder nicht. Ey, wie lange habe ich noch? Guck immer gerne auf die Uhr. Acht Minuten. Und 44. Hat er erst einmal versucht? Was? Er hat da ein Glas gebaut und versucht irgendwas mit Lara zu machen. Hey, gut, Obsidian abbauen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hast du. Außer welchen weißen Obsidian brauen. Äh, brauen. Brauen Obsidian. Irgendwie sollte ich mal auf den Berg da noch umnehmen. Ja, dann schubst du dich runter. Hast du dein Haus eigentlich aus Sandstorm geboren? Ich bin auffällig, oder was? Eigentlich wollte ich noch einen Namen schubben. Hier wohnt der Hater von Hero1. Der Hater? Ja, Hater. Ich hater Hero1. Warum hast du den? Ich finde den cool. Der voll geschildert, ne? Der macht einfach dumm. Das war ich nicht. Alter! Where is Notch? Der schmeißt die Hand nochmal in den Punkt. Er hat geschrieben, where is Notch? Und er hat Brum gemacht. Und er hat sich die Luft geschen müssen. Und er hat Glas gesetzt. Er hat geschrieben, where is Notch? Where is Notch? Ah ja, 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 ja. Ich würde da mal ein Dach bauen. Also ich kann dir ja nur sagen, also Notch ist dein Bruder. Das heißt nicht, wer ist Notch, sondern wo ist Notch? Das habe ich früher auch mal verwechselt. Keine Ahnung. Ja, ja. Ich frage mich nur, warum wir immer Glas bauen. Keine Ahnung. Und das hat mich eben richtig vollerschrocken. Also nicht, ich bin nicht zusammengezuckt, aber der Stamm vor mir ist nicht weg. Na, der ist in die Luft dicht. Hey, wie hat das so hingebaut? Das kann man gar nicht. Oder hat den Block das runterwecken? Das ist einfach aufgetaucht, gedrückt. Das ist einfach so wie das. Und das nächste ist auch so ein Trotterer. Ey, da ist schon wieder was. Hey, die. Oder ein. Das ist ein E. Ey, der grieft wirklich hier Welten. Vielleicht hat sich der dritte Toten doch aktiviert. Warum baut er immer zwei Buschlamen gleichzeitig? Keine Ahnung. Hihi, er lacht. Hihi, er lacht. Oder immer, wenn ich wohin gehen will, der von mir begrüße mich. Hi, hi. Hi, hi, hi. Wo, wo, wo? Wo ist ein Hi? Na, hey, der hat auch ein Ardobot. Hä, hä, hä. Ne, 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 ne. Unsere Mitrasch. Äh, toll. Warum? Guck mal, die Berge sind voll geil aus. Wie sieht denn das aus? New World Toll Und der Dings ist... Ach guck sie einfach schon beim Let's Play und da... Ne, hast du ja, sie hast ja geguckt. Guck mal, der Baum sieht voll geil aus. Hab ich? Voll der Mammutbaum. Hab ich? Ja, hast du. Hab ich? Das ist ein Mammutbaum hinter dir. Ne, aber der sieht so... Das war eh gleich hinter mir. Irgendwie baut er gerne was auf Berge. Wenn ich auf dem Berg bin oder irgendwo... Ich glaub der mag die Aussicht. Und man runter zu schubsen. Ausbombe. Warum macht der meine Welt kaputt? Ja, wo? Ja, wo? Ja, wo? Ja, wo? Ja, wo? Ja, wo? Du? Ah, ich recibe es nicht. Hey, ist doch ein Schaf. Schieb. Das ist der best- Schieb. Heißt doch billig dachte ich. Schieb. Schab. Schorn. Schraub. 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 Ab oder so ähnlich. Nachher Hiro, nachdem du mich wasgestellt hast. Hiro schleren. Bau mal ein Haus. Also wenn du ein Haus baust, habe ich mit dem Let's Play durch. Nein, das ist taugend. Warum? Kannst du rauben machen. Ja, mach ich. Und zwar mach ich richtig lang. Wenn du das durchhörst. Ich mach aber, das mach ich so. Ich mach so richtiges Lastplay. Nee, aber guck mal, der wird ja immer härter. Jeder schmeißt in die Luft, du mach doch. Voll da, der schmeißt sich in die Luft. Ja, das Anfoteln, das fand ich nicht so toll. Ey. Ne, die Ahalm, die Ahalm, die Ahalm, die Ahalm, die Ahalm. Die Ahalm, die Ahalm, dieb Alm, die Ahalm. Wer ist, jetzt Beatboxing, jetzt Beatboxing, BA. Leider, da kann ich kein Beatboxing, ich auch nicht. Denn das kann eigentlich verliere werden. Oder das hier. Ah. Da sind die Toten. Und da ist noch ein Ding. Ist das? Das ist ne Wetstorm-Lampe. Hä? Das ist zu Hause schon gespürt. Komm mal, komm mal. Vielleicht haben wir hier wohl. Oh, Wetstorm-Fackel. Ja, sowas macht ihr auch wirklich. Warum?! Jetzt geh zurück zu den Lava, wo es gebrannt hat. Ey, das waren die Tote. Wieder Wursi, wieder hin. Nein! Doch, geh mal bitte dahin. Da passiert schon nicht, das Boot überall. Und das Boot da nicht häufiger als überall. Doch, wenn ich irgendwas beim... Das sieht hier auch irgendwie so aus wie... Die Sprengung. Das hat aber schon mal gemacht. Ey, sprüht der an. Spreng die... Alle drei sind aktiviert. Echt? Ja. Das will ich genau. Hey, Lava! Ich sag doch, vielleicht haben sich ja alle drei aktiviert. Ach, ja, schön. Komisch, irgendwie hat der Helva noch nicht versucht, umzugehen. Nein, ich sag mal mehr. Loft! Ja, das ist Kanonbring. Und jetzt... Guck mal, hin, 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 hin. Ja, wenn Lämpel... Lava in reingehen! Das ist aber nur Lava! Ja, mach weg! Lava interessiert mich nicht. Mach die weg! Ja, mach die weg! Ja, wenn er sehen... Wenn er denkt, er ist ein cooler Typ, dann kann er auch so ein Stück Lava vertrauen. A-S-Grufe mit Mord, hier, ne? Ja, mit dem Schwibenden in den Endsetter wird aber cool. Also, ist es jetzt schon cool. Das hier sieht jetzt auch gut aus. Wo bin ich eigentlich?! Wo, wo ist dein Haus? Glaub, ich muss in die Richtung wieder, ne? Wo ist dein Haus?! Was ist denn, Klaus? No Boi, yeah! Ja, ist noch viel Schnee, von der... in der Welt ist das ist das das was ich glaube wir sind in China diese Mauer ja so das war was wir werden alle sterben und hohen klar Atom langsam wenn er nicht kommen müssen die Schuhe und die Schuhe das ist die Schuhe schlattischen von den Fressen ach das muss immer wenn er nicht kommt und denke ich um und das ist schrecklich Lundberg und nicht und nicht mehr ja so ein ganzes Let's Play Bohnen mal und denken wenn ich die Macht nicht drinnen es ist ganz einfach weil ich bin froh welche man irgendwie die Lust bin ich glaube aber machen wir könnten ich bin geimpft aber nicht gegen Bohnen und nicht gegen Bohnen das sieht scheiße aus und man soll jetzt kommt der was hast du gesagt nein falsch rum ich habe ja schon mehr Alter wie lange habe ich noch ja 40 Sekunden wenn du so Glostone abbaust ey bau mal Glostone ab mit einer Spitzhacke dann kriegst du viel Glostone und ein Stückchen da dann kannst du mit Glostone abbaust wenn er dir auf die Nerven geht dann hau ich ihn an die Fresse he hä was war das das war deine Maus ich hab nur so gemacht und dann ja die Maus von Hendrik bin doch manchmal so da guckt er irgendwann immer plötzlich nach oben keine Ahnung siehst du hey nur zweimal du trug ey ne auch übertreibst nicht ey da war wirklich ne ja ich hab gesehen übertreibst auch 10 und das hat es abgelaufen und wir sehen zu Fall des Tagesgucken man ist eh an die Redstone-Fakulie da steht die Stadtvorgel die Stadtvorgel nicht da ich weiß aber wir können sie trotzdem anschauen die er mag Berge he ha jetzt könnte da Hei stehen oder Ei er könnte auch Ei schreiben Sie baut denn sowas Müsste Achtung Baustelle oder sowas stehen so und zur Feier des Tages zum Abschluss dieses Dings er kommt haben wir uns an Moraus und das war so was getan ach übrigens und man hat das sie dass ja schön ich mich heute so machen trotzdem was man zu machen wir haben noch ein paar abschließende Worte was will da? wie glaub ich? ähm, na? Hasta la vista so warte so von mir keine Ahnung, dass du was antwortest Hasta la vista komm schon jetzt muss ich sie Hasta la vista hä? und ich beende das mit einem schönen Satz ich bin nur dein Washi-Bär und bringe dir die Spiele her bewahr sie dir und denk daran so viel Spiele fang mit Washi an ciao ciao Leute, bis zum nächsten Mal Hasta la vista